Dieses Video stellt das neue Startdialogfenster in Archicad vor. Sie arbeiten täglich an mehreren Projekten und öffnen diese jeden Morgen. Der Schwerpunkt des neuen Startdialogs liegt auf diesen Projekten. Über diese neue Funktion können Sie mehrere Projekte in verschiedenen Archicad-Instanzen auf einmal öffnen und damit den Startvorgang beschleunigen. Wir starten Archicad. Das neue Startdialogfenster wird eingeblendet. Bitte beachten Sie, wenn Sie Archicad durch Doppelklick auf die Projektdatei starten, wird dieses Dialogfenster nicht angezeigt. Die Optionen Neu, Durchsuchen und Teamwork finden Sie oben. Wenn Sie Neu auswählen, gelangen Sie zu dem Dialogfenster, das auch mit dem Befehl Neu im Menü Ablage geöffnet wird. Hier können Sie die Vorlage und das Arbeitsumgebungsprofil auswählen. Wenn Sie Durchsuchen wählen, können Sie direkt auf das Archicad-Browser-Dialogfenster zugreifen. Teamwork öffnet das Dialogfenster, das auch mit dem Befehl Öffnen Teamwork-Projekt beitreten geöffnet wird. Hier können Sie unter den verfügbaren Teamwork-Projekten wählen. Unterhalb dieser Tasten finden Sie die Liste der kürzlich geöffneten Projekte. Hier werden die Projekte aufgelistet, die geöffnet oder gesichert wurden. Sie können in der Kachel oder in der Listenansicht zwischen diesen Projekten blättern. Sie können die Dateien nach Namen oder Kurzbeschreibung durchsuchen oder filtern. Durch Klicken auf das Einstellungssymbol finden Sie die Vorauswahleinstellung zum Öffnen von Projekten. Sie können beispielsweise bei Archivprojekten die Checkbox Elemente direkt aus dem Archiv lesen markieren, das von jetzt an für alle Archivpläne gilt, die beim Starten geöffnet werden. Die Pläne können nach Name, Datum, Größe und Typ sortiert werden. Die Liste unterscheidet nach unterschiedlichen Dateitypen wie zum Beispiel PLN, BPN, PLA, TPL, MOD und den Wiederherstellungsdateien nach einem Systemabsturz. Wählen Sie das Projekt aus der Liste aus und klicken Sie auf Ausgewählte öffnen. Sie können auch einfach auf das Projekt doppelt klicken. Verwenden Sie Löschen zurück oder das blaue X-Symbol bei dem Element, um das Projekt aus der Liste zu löschen. Für Wiederherstellungsdateien wird ein rotes X angezeigt. Indem Sie darauf klicken, können Sie das Element und auch die Wiederherstellungsdateien löschen. Wenn Sie mit dem Cursor über die Elemente der Liste fahren, erscheint ein Infoetikett mit Informationen über den Plan, wie zum Beispiel Projektname, Zeit und Ort der Dateispeicherung, Projekt-ID oder Projektstatus. Sie können mehrere Projekte auf einmal öffnen. Bei der Auswahl mehrerer Projekte werden diese nach dem Klicken auf Ausgewählte öffnen in der Reihenfolge Ihrer Auswahl in verschiedenen Archicad-Instanzen geöffnet. Wenn keine lokale neueste Datei verfügbar ist, etwa weil sie ersetzt wurde oder auf einem nicht verfügbaren externen Server verweist, so wird sie im Startdialogfenster grau mit einem Overlay nicht verfügbar angezeigt. In der Kachelansicht werden Projekte mit wechselnden Vorschaubildern aus den Tabs angezeigt. Sofern eine Vorschau für die Datei existiert, zeigt das Symbol in der linken oberen Ecke der Vorschau den Dateityp an. In diesem Fall wird das Infoetikett angezeigt, wenn Sie mit dem Cursor über die Kachel fahren. In dieser Ansicht können Sie die Kachel schließen, indem Sie auf das blaue Symbol in der oberen rechten Ecke der Kachel klicken. Sie können in der Kachelansicht auch die Reihenfolge und die Sortierung der Elemente ändern. Wählen Sie hierzu die Steuerungsgruppe Sortieren nach oberhalb der Liste aus. Zusammenfassend lässt sich sagen, das neue Startdialogfenster von Archicad erleichtert und beschleunigt das Öffnen von Archicad-Projekten. Hier ist die Aufmerksamkeit.